Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem YouTube-Kanal Qualix. Nämlich zum letzten Video vom Weihnachtsgewinnspiel, das 25. Video, 25. Video, 25. Tag, das heißt das 13. Video müsste sein, ja, ja, das 13. Video, das letzte Video auch hierbei, in diesem Jahr, vom Weihnachtsgewinnspiel, denn heute schauen wir uns an, wer gewonnen hat, beim 13. bis zum 24. Gewinnspiel und vom 1. bis zum 24. Gewinnspiel gab es ja 3 Gewinner, wischen uns ganz jetzt mal an, äh, na, so. Also, das gewonnen hat eben den Lawn Moving Simulator, hat eben No Party gewonnen, hat auch schon bei anderen schon mal gewonnen, erster Glückwunsch, Mele ist schon draußen mit dem Key, alles hast, wenn du es, schau, ob du es nachher bekommen hast, Spam, Chunk, wenn du es nicht bekommen hast, schreibt es mir bitte eine E-Mail. Das heißt auch an allen anderen, wenn ihr es gewonnen habt, es geklemmt habt und nichts bekommen habt, schreibt es mir einfach an, schaut Spam und so weiter und schreibt es mir auch einfach an. Ich selber dokumentiere es auch und ich sehe, du sagst, ja, ich habe alles weggeschickt, kann aber sein, dass man vielleicht bei mir oder beim Server ganz nicht durchgegangen ist zum Output, aber im Mail-Programm, also deswegen bitte einfach mich dann anschreiben, wenn ein Problem ist, soll ich mich hier auch noch kurz dazu erwähnen, wenn du was gewinnst, du das selber schon hast oder nicht brauchst, ähm, nicht mir, ähm, bitte nicht mir schreiben, hat bis jetzt eh noch keiner, aber wenn jemand sagt, ja, ich brauch's nicht, und mir dann schreibt, ja, brauch's nicht, kann ich mir dann anders gehen, kann ich nicht. Das liegt ganz einfach daran, dass ich ihm ja nicht weiß, ob es einen Gliederling mal einlöst, wenn ich dir jemanden anderen schenke, hat er das Recht drauf, das heißt, wenn es dann blöd läuft, kann ich es dann nochmal kaufen. Aus diesem Grund, du, wenn du es bekommst, du darfst das gerne jemanden anderen schenken, wunderbar, aber ich mache es nicht, okay? Also wenn man gewonnen hat, nichts braucht, du darfst das gerne weiter schenken, aber ich habe das kein Problem damit. Wir sind Platz 1, 2 und 3, das ist vom weiteren Spiel groß, Barmanstein ist der ETS 2 und Volpe bei Endscher auf Platz Nr. 3. Ähm, Leserate, Hugh Gwels und Mr. Banta haben gewonnen, also 1, 2, 3. Der zweite oder dritte, das heißt, der Hugh Gwels mit ETS und Mr. Banta 3 mit Volpe bei Endscher und haben sich beides schon gemeldet, ich melde schon draußen. Ähm, Leserate, bitte melde dich, damit ich dein Key auch wegschicken kann. Wenn du dich dann meldest, kriegst du ihn sofort. Ich selber warte einfach, bis es gemeldet ist. Es ist, glaube ich, für all das Beste, einfach melden, wunderbar. Natürlich, es sind Feiertage, ist mir schon klar, dass es etwas dauert, ehe ich selber verschissvoll kommen, dass man nicht sagt, ja, sofort, wenn man es um 24 Uhr sofort kleben soll, dann verstehe ich durchaus. Also lasst euch einfach nur Zeit, kein Problem. Ich hätte auch kein Problem, wenn du zum Beispiel vom 1. Dezember, der sich noch immer jetzt nicht gemeldet hätte, hätte, weil er hat sich. Ähm, Beispielweise ist dann, hätte ich auch kein Problem, dass, wenn er sich jetzt bisher noch nicht gemeldet hat. Es ist Dezember, schön gut, ich bin niemandem böse, deswegen einfach dann melden, möchte euch nur darauf hinweisen, bevor es jemand vielleicht falsch versteht. Auf jeden Fall das war's mit diesem Weihnachtsgewinn-Spiel dieses Jahr. Es hat mir schon sehr Spaß gemacht. Und auch danke für die großartigen Feedback von zwei Personen, die sich wirklich extrem darum bedankt haben. Äh, das drei waren es jetzt im Endeffekt sogar. Da kann ich nur sagen, gerne, gerne, gerne. Und das sage ich mir selber ganz ehrlich, ich wünsche euch natürlich schöne Feiertage. Und auf jeden Fall, ich lebe mir mal weiter aus dem Fenster, aber ich sage es, nächstes Jahr wird es wieder sowas geben von mir. Vielleicht etwas anders, ein bisschen mehr geplant. Weil wann habe ich es bekommen? Ich habe am 1. Dezember damit überhaupt begonnen zu überlegen. Ich bin immer so kurzfristig knapp und besser. Aber gut. Ähm, auf jeden Fall. Ich wünsche euch sehr, wenn ihr ein Abo leichter leistet und Glocker aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin auf jeden Fall mal raus. Ich bedanke mich, dass ihr es zugeschaut habt. Und dass ihr vielleicht auch selber mitgemacht habt. Vielen herzlichen Dank. Und ich sage dann, ciao.